Also es gewinnt zunehmend an Bedeutung, auch weil wir von unseren Kunden wiederum gefragt werden, welchen Beitrag wir dazu leisten können und daher haben wir jetzt auch anlässlich der K-Messe in Düsseldorf, der größten Kunststoffmesse, ein Projekt gestartet. Wir haben Produktcarbon-Footprints von Folien errechnet, die auf unseren Anlagen produziert werden, um zu zeigen, dass wir schon jetzt sehr energieeffiziente Produktionstechnologien anbieten, aber auch um zu sehen, wo können wir noch weitere Verbesserungen machen und wir hoffen, dass wir unseren Kunden dadurch einfach ein Instrument an die Hand geben, ihre Kunden wiederum zu überzeugen, dass diese Folien sehr umweltfreundlich produziert werden können.